ja und da liegt das über die überschwere leiche von dem vier um was wir platt gemacht haben so ja 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 Vielen Dank. Wie sieht es unten in den Höhlen aus? Liegen da noch Tote? Ne, sieht nicht danach aus, als ob da noch Tote rumliegen würden. Vielen Dank. Okay, der Sheriff ist jetzt durchgedreht. Wo ist denn unser Sheriff? Running around babbling. Also... Er ist ziemlich am Arsch. Gut. Hier runter muss ich. Gerade mal drei Coffins neue. Hmm. Okay. 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 ich wollte einen turm haben und noch einen turm und noch einen turm immer noch ein siege aber ja ich werde schon mal damit anfangen die fishing zone hier zu entfernen der fischer wir noch einmal da liegen noch skelette rum und die wir nicht so leicht rankommen wir nicht so leicht rankommen Ja, wieder depressive Zwergenkinder. Wieder ein Biest. Ach herrje. Sieht interessant aus, das Biest. Okay, jetzt haben wir eigentlich keine andere Wahl. Die Leute müssen da unten bleiben. Die Leute müssen da unten bleiben. Ja, ich weiß. Jetzt überlasse ich die Leute da unten einem nassen Grab. In der Hoffnung, dass das Vieh ertrinkt. Ja, es ist ertrunken. Ja, es ist ertrunken. Ja, es ist ertrunken. Oh, das Wasser fließt trotzdem noch. Das Problem ist, ich kann hier nicht noch eine Mauer bauen, oder? Ne. Doch, habe ich gerade noch so hingekriegt. Das sollte ich jetzt aber abdichten erstmal. Soll ich das erstmal abdichten? Wie sieht es aus mit den Wasserleveln? Ja, die sinken ja wieder. Schön. Na, die beiden werden wir auch wieder nicht mehr rankommen. Während das hier jetzt dann langsam wieder voll läuft. Gucken wir mal, wie viele Coffins wir mittlerweile haben. Ja, noch mal ein paar. Der Siege ist auch immer noch unterwegs. So, die Brücke können wir schon mal wieder anschmeißen. So, die Brücke können wir auch wieder anschauen. So, die Brücke können wir auch wieder anschauen. Das ist jetzt echt nicht schön, aber ist leider so. So, die Brücke können wir auch wieder anschauen. So, die Brücke können wir auch wieder anschauen. So, das Kind ist depressiv geworden. So, die Brücke können wir auch wieder anschauen. So, die Brücke können wir auch wieder anschauen. So, wir können uns. So, die Brücke können wir auch wieder anschauen. 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 wieder ein depressives kind auch wieder sechs neue sorge und ja ich habe vor das gesamte vor zu fluten zwei drei vier drei vier drei fünf Mountain Goat is fighting. Okay. Wir haben hier einen Mountain Goat. Einfach nur Mountain Goat. Oder ist das Mountain Goat jetzt tot? Wie ist das Mountain Goat hier reingekommen? Okay. 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 Ich tötete das Mountain Goat. Das sorgt gerade nur für Trouble. So, dann weitere Tomes. Haben wir schon wieder neue drei Stück. Jetzt ist mein Braumeister possessed. Sheriff ist dehydriert. Ja, ist klar. Okay. 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 Dein 3, 4, 5, 6, 7, 8 Goblins sind da noch übrig. na wen schläppst du gerade und wieder fünf neue sorge Amen. Amen.